Also zum Beispiel den Stein am Anfang, den kann man ja mitnehmen. Der ist ja geschenkt. Master Unsere, die haben auch alle nur Probleme mit der Route. Erstmal überhaupt die richtige Route zu finden. Der erste Stein ist geschenkt, den solltet ihr mitnehmen. Ja, den habe ich auch gemacht. Dann bin ich ne Sekunde vorne. Das schaffe ich jedes Mal, ja. Mann, wie geht denn der?! Wasels zu haben? Chiffe ich jedes Mal an!